Ja, hallo. Wir sind hier in Köln im Studio Nummer 3 und neben mir sitzt Annelou und ich freue mich sehr, dass sie da ist und dass sie uns auch dieses Studio Nummer 3 präsentiert, denn das Verrückte ist, Annelou wohnt hier auch noch. Annelou, erklär uns mal, wie lange wohnst du hier schon und was ist das für ein tolles Projekt hier? Hey, schön, dass ihr da seid erstmal. Wir sind, genau, das heißt Nummer 3 das Studio und wir wohnen hier seit einem Jahr. Also ich, mein Freund, der Kevin, der Tyler und unser Freundeskreis, der ist ja auch eigentlich jeden Tag am Start und wir haben jetzt gebaut ein Jahr lang, ist noch nicht ganz fertig, aber so, dass wir uns schon trauen, euch einzuladen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ihr seht das auch hier, wie schön es geworden ist. Was inspiriert dich denn hier an diesem Ort und auch an dieser Stadt Köln? Denn du wohnst ja noch nicht immer hier. Du kommst eigentlich aus Bayern. Warum bist du hier gelandet? Ich bin eigentlich zum Studieren hergekommen an der Musikhochschule und ich habe mich voll wohl gefühlt in Köln. Ich bin jetzt schon seit sechs Jahren da und habe jetzt halt so voll meinen Freundeskreis gefunden, meine Leute, mit denen ich Musik mache und glaube, so schnell bin ich nicht mehr weg von hier. Ich bleibe jetzt erstmal. Würdest du dann auch davon sprechen, dass du schon so deinen Traum verwirklicht hast irgendwie? Oder bist du da immer noch auf dem Weg hin? Denn das fühlt sich ja hier schon richtig gut an, oder nicht? Mit dem Freundeskreis und diesem Studio hier. Voll. Es fühlt sich mega schön an und ich muss mir wirklich auch immer wieder sagen, wie schön es ist oder ja, ich bin mega dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, das so zu machen, so zu leben gerade. Und klar, der Traum irgendwie eigene Mucke zu machen und an den Start zu bringen, der ist da und man versucht jeden Tag dem irgendwie näher zu kommen. Genau. Also ich bin auf dem Weg und gebe mein Bestes. Ja, schön. Und was sind gerade deine Projekte? Also du arbeitest an einem Album und ja, wie sieht die Zukunft aus? Genau. Ich schreibe schon seit fast, ich glaube, es sind schon fast eineinhalb Jahre jetzt an meinem ersten Album. Ich wollte mir auch voll viel Zeit dafür nehmen und mich nicht stressen, so lang machen, bis ich zufrieden bin. Und jetzt läuft es ganz gut. Es kam halt jetzt dieser Studio-Bau dazwischen. Da konnte man dann nicht jeden Tag so viel weitermachen natürlich. Aber ich bin dran und ich weiß noch nicht ganz genau, wann es fertig ist, aber ich peile mal Mitte nächsten Jahres an. Ja, spannend. Und welche Themen sind dir, wenn du Musik machst, wichtig? Und viel, was in mir selber vorgeht, sind so, gerade jetzt in meinem Alter, Zukunftsängste, irgendwie Druck, den man sich selber macht, der aber auch von außen kommt. Wie mache ich es richtig, das, was ich mache? Und klar, dann spielt irgendwie Beziehungsdramen, kommen mit dazu. Alles, was man so in seinen Zwanzigern erlebt und Ende Zwanzigern. Ja, und jetzt gerade in dieser ungewissen Zeit, spannenden Zeit, aber auch, du sprichst von Ängsten. Wie sieht denn da das Positive aus? Wo kommt das Positive noch bei dir vor, in deinen Songs, aber auch in deinem Leben? Das Positive ist auf jeden Fall, dass ich, dass ich das machen kann, was ich mache. Also, dass ich einfach die Möglichkeit habe, Musik zu machen und jetzt auf so einer Plattform wie hier sein zu können, dass wir hier Musik machen können mit Menschen, die ich liebe in so einem Studio. Das ist positiv genug. Und abgesehen davon gerade die Zeit, man hat auch mehr Zeit. Also, die letzten Monate waren, man konnte viel von zu Hause aus arbeiten und das war gut. Also, für Musik ist das ja sehr, sehr produktiv. Ja, schön. Du hast eben gesagt, dass du auch von deinen Zwanzigern singst, aber deine Musik hat auch sehr viel mit dem Achtziger-Sound zu tun. Was fasziniert dich an den Achtzigern? Oh, ich mag einfach die ganze Sound-Ästhetik total gern. Diese Synthies, die analogen, vor allem Juno-Sounds, die alle so rumsparkeln und ja, der Vibe von der Mucke, den mag ich mega gern, abgesehen von dem, von dem, von der Ästhetik, von der Mode aus den Achtzigern. Was wäre dein absolutes Traum-Feature? Kannst dir alles überlegen. Boah. Auf jeden Fall. Also, ich bin riesiger The 1975 Fan. Lieb ich die Band. Also, das ist ein bisschen utopisch. Also, es ist sehr utopisch. Aber genau. Aber träumen darfst du. Das ist ein Hammer. Inspirieren mich. Haben mich eine Zeit lang jeden Tag inspiriert. Und The Night Game finde ich auch sehr geil. Das wäre auch mega gut. Ja. Und wie wichtig sind dir denn weibliche Vorbilder in der Musik? Ja, es ist mir wichtig. Und vor allem irgendwie das auch zu pushen. Und Themen, die in Frauen vor sich gehen, dass die auch präsent sind. Und hast du das Gefühl, dass sich da gerade was verändert? Also, dass immer mehr Frauen in der Musikbranche sind? Dass da viel passiert gerade? Es wird ja auf jeden Fall. Also, es ist sichtbarer als vor ein paar Jahren. Das auf jeden Fall. Aber es sind noch viel zu wenig. Es sind noch viel zu wenige Frauen. Und schon allein, dass ich irgendwie viele Bands oder dass meine Lieblingsbands keine Frauen sind. Ich habe schon auch Ladies, die ich gut fände. Phoebe Bridges zum Beispiel. Claro. Da gibt es super geile Ladies. Auf jeden Fall. Aber es sind noch zu wenige. Es müssen noch viel mehr Frauen irgendwie gesehen werden. Und ja. Eine Frage hätte ich noch an dich. Was für Tipps du jetzt hast, in dieser Zeit, selbstfürsorglich und gemeinschaftlich durch die Krise zu kommen? Wie du das schaffst und wie das deine Freunde schaffen und wie das andere schaffen können? Hast du da Tipps? Hm. Sich unterstützen, wo es nur geht. Also, heißt, keine Ahnung, in allem Schlafplatz geben, Essen geben, Geld geben, alles irgendwie. Sich unterstützen, füreinander da sein, zusammen was machen. Man schafft es schon. Man kriegt es schon hin, glaube ich, wenn man zusammenhält. Und einfach, also, es hat ja auch so irgendwie in den selbstständigen Kreisen jeder mal irgendwie Krisen meistens. Und ich finde es mega gut, wenn man Leute um sich hat, die da sind, die einfach helfen, wenn man es braucht. Und ich glaube, das schaffen wir schon. Super. Ja. Ja, vielen Dank. Danke dir. Danke euch, dass ihr da seid.